Wie ist AXOR die Marke für die hochwertigen Bäder? Innerhalb der Unternehmung Hans Grohe ist AXOR die Marke für die hochwertigen Bäder. Und die Idee hinter der Kollektion, die Sie hier sehen, AXOR Edge, war gewesen, dass wir bei AXOR Produkte und eine Kollektion anbieten, die wirklich die Spitze der Pyramide der hochwertigen Bäder abdeckt, also wirklich der Luxusbäder. Und man kann das sehr gut hier sehen, bei diesem Wachstischmischer mit der Höhe 190. Hier hat der Designer Jean-Marie Marceau drei unterschiedliche Quader zusammengesetzt. Und das hat er in einer wirklich sehr hochwertigen, sehr eleganten Form gemacht. Und so ist der Quader das Grundprinzip des Designs und daher auch der Name. Hier geht es um die Ecke und um die Kante. Deswegen heißt diese Kollektion AXOR Edge. Die beiden Ideen hinter AXOR Edge sind einmal die Hochwertigkeit eines Quaders, die Solidität und die Hochwertigkeit, aber auf der anderen Seite eben diese ultrapräzise Oberfläche. Diese Oberfläche ist 600 Mal präziser als eine Standardoberfläche im Badbereich. Und somit haben wir hier mit AXOR Edge wirklich ein ganz besonderes Schmuckstück für das Bad geschaffen. Sie sehen hier die unterschiedlichen Mischer. Einmal den Waschtischmischer in der Höhe 130, den Waschtischmischer 190 mit der seitlichen Kartusche und den Waschtischmischer 280 für Waschschüsseln. Daneben gibt es einen freistehenden Waschtischmischer, einen Dreiloch-Waschtischmischer und einen Dreiloch-Waschtischmischer aus der Wand. Wir bieten somit hier bei AXOR Edge allein im Waschtischbereich eine sehr große Auswahl unterschiedlicher Modelle für das Bad. Hier sehen Sie jetzt die Kollektion AXOR Edge in einem hochwertigen Badambiente mit weißem Marmor. Wir haben hier eine Waschtischsituation mit dem 190er-Mischer und diese drei Quader und eben hier an der seitlichen Kartusche der Diamond Cut. Wir haben das Ganze hier in einer Doppel-Waschtischsituation aufgebaut. Und natürlich hat jedes Bad nicht nur eine Waschtischsituation, sondern auch eine Dusche. Die Dusche sehen Sie hier. Wir haben oben unseren AXOR Shower Heaven 1200 und hier unten das AXOR Thermostat Modul Select für die Kollektion AXOR Edge. Sie stellen hier Temperatur und Wassermenge ein und drücken dann ganz einfach auf einen der verschiedenen Select-Knöpfe, um die unterschiedlichen Strahlarten anzusteuern. Abgerundet wird das Ganze durch diese Stabhandbrause. Ja, der letzte Bereich im Bad ist dann die Badewanne in diesem AXOR Edge Bad. Wir haben hier eine freistehende Badewanne und am Ende sehen Sie wieder das typische und charakteristische Design von AXOR Edge mit diesen sehr, sehr hochwertigen, präzise bearbeiteten Ecken und Kanten. Vielen Dank. SMA KÖ Untertitelung des ZDF, 2020